Was geht meine Freunde und willkommen zu diesem ganz kleinen Info-Video meinerseits. So, jetzt ist gut. Also, willkommen zu diesem kleinen Video meinerseits und es geht darum, dass ich jetzt mit Farout inzwischen abgeschlossen habe. Der Part wird dann wahrscheinlich heute Abend noch online kommen, damit ihr noch am Sonntagabend was zum Schauen habt. Und das Station ist jetzt auch fertig, bzw. ist ja schon vor ein, zwei Tagen fertig gewesen. Und es läuft momentan ja nur Kingdom Come Deliverance auf meinem Kanal. Und da ich nicht nur ein Spiel bringen möchte, sondern zwei, drei unterschiedliche Spiele, um auch verschiedene Geschmäcke abzudecken, habe ich gedacht, dass ich euch mal an dieser Stelle frage, ob ihr mir ein paar Vorschläge machen könntet und mir die runter in die Kommentare haut. Und die wollte ich mir halt dann mal angucken. Ansonsten suche ich mir halt irgendein Spiel aus, wenn da nicht viel kommt und werdet ihr dann sehen, wie das ankommt. Aber wie gesagt, ihr habt ja einfach die Chance, mal ein paar Spiele vorzuschlagen, genau, was ihr mal sehen wollt. Und wenn ihr halt Spiele seht von einem anderen Zuschauer, der das kommentiert hat, dann haut nicht das Spiel einfach nochmal rein, sondern könntet ja den seinen Kommentar liken, dass ich mal ein bisschen sehe, welche Spiele sind ein bisschen beliebter und welche nicht. Und das war's auch schon. Ich wollte das Video kurz halten. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut mir irgendwas unten rein und ich werde mir die Tage das dann angucken, was ihr da reingeschrieben habt, meine lieben Freunde. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao. 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 Ciao.